Meistens Der Team, toll ein anderer macht's Vielleicht fällt mir gerade auf, wenn man da unten Abflüsse hat Wäre es vielleicht auch sinnvoll da oben Abflüsse einzubauen damit es so aussieht, damit das Wasser auch irgendwo herkommt Hallo Leute, hier sind wieder McFisto 2051 Im Varunheimsee Hi Willkommen zurück zu Minecraft City 2 von und mit Varuna und dem Zephtag Mod Bank Und, jo Wir haben die Wasserräder fertig gebaut Die Nerven sind etwas abgekühlt Ja, wir haben uns ein wenig in die Wolle gekriegt die nicht die Wasserräder drehen müssen wo das Wasser hin muss und so weiter und so fort Aber Ende gut, alles gut Jo, jetzt haben wir sogar den Abfluss Ja, die Abflüsse war deine Idee Jo Ja 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 Es sieht auf jeden Fall cool aus Meistens Ja Ja Team, toll, ein anderer macht's Ja Vielleicht Fällt mir gerade auf Wenn man da unten Abflüsse hat Wäre es vielleicht auch sinnvoll da oben Abflüsse einzubauen damit es so aussieht, damit das Wasser auch irgendwo herkommt Habe ich mir auch schon gedacht Aber das ist die Außenwand, dann siehst du das überall Nein, hier ist doppelt hoch Okay, dann kann man das später immer noch Ja, doppelt breit Wir haben das jedenfalls fertig Wir kriegen damit jede Menge Strom Ich bin schon dauernd mit dem Strom gestorben Und Mepi hat sogar schon so coole Pressen gebaut Ja, weil ohne geht's nicht mehr wirklich weiter Ey, jetzt warte mal kurz Hast du denn noch Iron Bars? Äh Boing Hier, 49 Stück Ich hab mir ein Steak gemacht Gut, dann kann ich das nämlich vollenden Ähm, Mepi ja noch ganz kurz, weil ich schon wieder vergessen hab Ich hab mir jetzt noch zusätzlich natürlich mal ein ordentliches Schwert und eine Pickaxe gemacht Aber, ähm, wie gehen, was sind das nochmal für Handschuhe? Die Kletterhandschuhe Die Climbing Gloves Ja Oh, die sind ja gar nicht so schwer Hä Dann werd ich mir die noch herstellen, weil wir wollten ja nochmal den Twilight Boris jetzt hoffentlich heute oder nächstes Mal abschließen Den kriegen wir heute abgeschlossen Aber auf jeden Fall will ich diese dummen Handschuhe nicht wieder davon abgehalten werden, dass ich irgendwo unten bin und nicht hochkomme Das nervt ohne Ende Ja, ich werd mich heute noch ein bisschen ums Bauen kümmern und die Iron Bars sieht man gar nicht wirklich Leider Also man sieht ein bisschen, dass sie da sein sollen Aber egal, ich baue das jetzt einfach mal so Haben wir denn noch normales Leder über? Nein, das hab ich eben machen müssen, wenn du dich richtig erinnerst Ich hab nur genau so viel gemacht, wie ich auch gebraucht hab Äh, dann muss ich wieder, die Pelze, Dried Height ist glaub ich schon fertig, oder? Ich hab eigentlich ziemlich viel Leder angefangen zu machen, oder nicht? Wo haben wir denn so ein Fass zum Rühren für das Leder? Keller Keller Keller? Äh, in welchem Keller? Ja bestimmt von dem großen Haus Ah, hier ist auch das Resin, fällt mir grad auf Und dann die ganzen Tauchbecken Dann wie ging das nochmal? Ich werfe Dried Height rein und ein Resin, oder sowas? Genau Äh, hier, dann rühre ich ein bisschen und dann muss ich's aufhängen Genau Zu niedrig gebaut Äh, tja, nur hier haben wir nichts zum Aufhängen Du musst wieder zum Gerberhaus zurück Boah, Leute Ja Also das ist ja wohl maximal ungünstig Am Fluss unten steht auch nochmal so ein Besser Also hier verirre ich mich immer, wenn ich hier aus dem Haus rausgehe So falsch Ja, wir könnten mal Wegweiser aufstellen, falls es das gibt Oder halt normale Schilder So groß ist die Stattung auch wieder nicht Kommt drauf an für wen So, wenn ich irgendwann noch nicht so nie auf dem Server war hier So, das trocknet Dann hab ich Äh, 3 von 4 Leder Ich bräuchte 3 Da unten hat jemand Wasser entzogen, es läuft Ja, das hat irgendwann anliefert Ja, nur ein Klick Ja, dann hol ich mir noch Oh, also eure Sachen sind Super unzweckmäßig verteilt Wo es hingehört und wo es herkommt Also Sagt der, der die Ordnung erfunden hat Ja Ja Mein Chaos System ist unschlagbar Ja, maximale Entropie Ich hatte noch 3... Oh, ich renne heute echt hin, ich bin jetzt einfach nur super glücklich, dass wir Äh, diese Schuhe haben und ich nicht nur 3 Stunden Wegzeit habe Jetzt bist du aber so schnell, dass du die Stadt nicht mehr wertschätzen kannst Und alles nur noch wusch Wenn die vorbeiziehen Mach nichts So Dann muss ich noch die Farbe und das Pulver herstellen, aber dann sehen die Leute, die jetzt auch diese Handschuhe gemacht werden Pinker hatten wir jetzt schon sehr oft Da hat sich nicht viel geändert Was ja das alles geil aussieht Ah, ich könnte in der Zwischenzeit mal Ach, ich habe übrigens die... Für die Zuschauer, ähm, ich habe das Problem mit der Grafikeinstellung hinbekommen, warum es gestern die ganze Zeit extreme Framedrops gab und zwar bei den Optionen Irgendwo die maximale Framerate hinstellen, niemals auf Pausing stehen lassen So Dann Black Dye Powder, Slime Ball und... Ja, haben wir so Sachen irgendwo rumstiegen? Ja, Christo hat hier zwar schon einen Teil richtig gemacht mit den Stufen hier, aber noch nicht alles Da hat er wohl nicht dran gedacht, dass es da noch mehr gibt Oder er wollte mir einfach ein bisschen Arbeit lassen Über dem Wasserräd und obendrauf das Holz habe ich ordentlich gemacht Wenn du das meinst Da hattest du noch angefangen Stufen zu setzen Wo gibt's denn jetzt die Farbe? Farbe gibt's hier im Keller So, was wir hier halt übelst machen müssen ist, die ganzen Kabel vom Boden fernhalten Sonst passieren nämlich solche Geschichten Ja, die ganze Verkabelung mach mal, wenn das Haus steht, würde ich mal behaupten Ja, da werde ich jetzt demnächst mal anfangen, oben ein paar Querstreben einziehen Haben wir Schleimbälle? Die sind doch bestimmt auch... Die sind auch im Haupthaus im Boden Schleimbälle haben wir im alten Haus, ja Im neuen auch Ja, wo? Links Da wo die Zombiesachen sind Ah Sehr schön, das links hat geholfen Drei Schleimbälle, Farbe, Eisen Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Leder Und dann können wir die Handschuhe machen und dann endlich los Hat auch lange genug gedauert hier Ich werde hier alles erstmal mit normalen Cobblestone Bricks machen und dann später natürlich so wie hier außen auch das noch ein bisschen Tiefe geben Und Maeve hat gemeint, die Lantern kann man einfach machen, da werden wir uns auch gleich mal ein paar holen, zumindest für den Außenbereich Es gibt übrigens auch solche Pfosten, an die man diese Relays machen kann aus Treated Wood Und dann hast du so Strompfosten, die sehen auch relativ hübsch aus, die kannst du eventuell auch integrieren Was ist das Imba mit diesen Dingern, mit den Handschuhen, hallo? Du meinst die, die ich da schon dran habe? Die Wallmounts? Ne, nicht die Wallmounts, freistehende Aber es kommt wahrscheinlich aufs gleiche raus Aber es gibt halt auch freistehende So, ich bin beim Portal und fix und fertig Auf einmal auf fix und fertig Kann mir einer sagen, wieso hier hinten plötzlich Wasser ist? Und zwar platziert das Wasser Ah, jetzt komm ich mal rein, da war ich vorhin ein bisschen lustig Sehr witzig So, jetzt wollte ich mir was zu essen aus der Mühle mitnehmen, ist nichts für der Mühle drin Das ist alles im neuen Haus Musst nur den richtigen Gang wählen Und die Gemüsefelder sind jetzt auch noch Baumwollfelder Ich hab einen explodierenden Creeper mitten im Explodieren ins Twilight Portal geschubst Toll! Ok, die Lantern, naja die machen wir kurz Der wird uns also dann mit einem Knall begrüßen Sehr wahrscheinlich Ähm, Lantern Gibt's auch so Pfosten für die Lantern? Ähm, Lantern Was heißt ein Pfosten auf Englisch? Kann sein, dass du da auch diese freistehenden Pfosten halt benutzen kannst für Ich wollte die Hunting Dimension geben, aber Da hab ich schon einer falsch Weiß? Ja? Ist man in deinem Hohlkopf rausgekommen, man sieht ihn? Wobei wir die wahrscheinlich auch auf normale Ähm Wie heißen die? Walls stellen könnten Ja Dann bin ich ein paar Mal gestorben, oh ja So, was müssen wir denn jetzt... Nein, ich kann selber gucken L Twilight Forest Ja Fast the Thorns Ah, gut, hast du die Wunderlampe dabei? Äh, ja Sehr gut, damit mussten wir doch, glaub ich, normalerweise die Dornen abfackeln Nicht die Fackeln nach Dornen 6 Genau Ach, jetzt kann man hier endlich mal ordentlich reisen Waren das die Lantern, die... Das waren aber nicht die, die ihre Reichweite erhöhen, je mehr dastehen, oder? Nicht, dass ich wüsste Du hattest mal solche Hattest wir denn hier hin, äh... Ja, die Journey Map, oh cool Jetzt hat man endlich mal nen Überblick, wo man hin muss Ah, also wir waren 2, 4, 6, 8 Lantern Ach Gott, bin ich da oben oft gestorben? Nein, Golem, geh weg Servier? Ja Du, Schlucht! Ich bin nicht froh, dass ich die dummen Handschuhe hab Ja, ja You don't know Jack 3 Warte mal mal gucken Kupferplatten haben wir einige So, dann guck dir welche Glaub irgendwelche Kupfersachen waren in der Kiste drin, aber die Platten sind Warte mal kurz... Kupfer haben wir genug Neu einloggen, der... Dass die Karte nicht funktioniert, äh... stört nicht Warte mal, ist die Karte dabei, ich nicht Ja sicher Ah, ich mach ihn mal mit Map, die falsche Map auf Oh! Gott, wie Journey Map, merkst du doch mal Ähm, was hab ich gesagt? Wie viel ich brauch? Acht, acht Lantern Ich bin ganz oft hier gestorben Jetzt seh ich's auch Ich mach's mal weg Mal gucken auf dich gewartet Ich bin nur ein Stückchen voraus, aber du müsstest mich sehen Ja, ja, können Sie sagen, ich hab schon eine Ähm, 16 Platten Mal gucken, hab ich hier noch irgendwelche Deathpoints? No 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 Ja Einfach mal geswitcht So, dann bereits Spin Push Dann noch 16 Glas So Aufblick nicht, wir erzeugen neue Chunks Zumindest für das, was ich sehe Na, minimal Aber nicht komplett, wenn es ist ja nur am Rand ein wenig So Dann brauchen wir noch Glowstone Jetzt hab ich kleine Legs Ja, wir generieren hier wahrscheinlich ein paar kleinere Chunks auf der Reise nebendran Ein paar am Rand halt Huch Sehr schön So, du hast ja die Karte, wo müssen wir denn hin? Krater, ist weiter Das Taub sie verschreckt, das Wilde ist davon geflogen Ah Mist, ich kann nicht mal weiter rennen, wo ich Zombies schreien und bin nix da, auch gut So, hier Platten Ähm, heißen Platten Mal nach Äh, Castle Doors sind übrigens richtig cool, die müssen wir Die müssen wir mitnehmen Aufsperren Aufsperren Huch Ah, jetzt hab ich gedacht nicht Ah, ich hab vergessen drauf zu achten, ob ich Ich hab das Zeug gar nicht mitgenommen Äh, äh, WTF Was sind denn hier für komische Gegner, die ich alle nicht kenne? Jaa, ich falle hin Du, 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 du Ein Adherent Ein Cube Entity Okay Einfach ein riesen Würfel mit einem Labyrinth auf drauf Ich hab wieder viel zu viel Unrat in meinen Taschen Die vielen Taschen tun mir nicht gut Ja, das hier ist, glaub ich, der Zentralthurm vom Floss Ja, wir sollten hier auch, glaub ich, die Tür öffnen, hat's gehießen Im... Ja, wie bist du denn jetzt da rüber gekommen? Ich bin runtergefallen, damit ich einfach die Wand hochgelassen Ähm Ja, ich hab einen aus den Betweenlands Klar, es ist fertig Können wir mal hier die Lantern machen Ach, da kommen drei Stück raus Hätte ich das mal vorher gemacht Der Adherent, schieß dich an Hab ich nicht gesehen Dann haben wir jetzt 24 Lantern, auch gut Glaubst du von New York irgendwas, ouch Die Entity.TwilightForce.Harbinger SlashCube.Name, aha Okay, du hast ihn gefunden, ne? Ja Ist das ein Schweinchen, oder? Was hast du für eine Rüstung, dass du keinen Schaden bekommst? Ich hab vielleicht eine Rüstung craften sollen Ich hab vielleicht eine Rüstung craften sollen Natürlich bekomm ich Schaden So, jetzt ist die ganze Sache hier mal ausgeleuchtet Hä? Oh, cool Wir sind im rosa Raum, ist das schon der Thronraum, oder? Aber keine Ahnung Meines Wissens nach sollte das Schloss hier eigentlich gar nichts enthalten Aber... Dead Rock Komme ich da nicht hoch, verdammt Wir gehen gerade runter Ich vermute mal, dass wir was ganz unterschiedliches gemeint haben Wir haben gar nicht mit dir geredet, ja Ja, wir sind heute auf meine Frage relativ geantwortet Cool Also zumindest farbenfro ist hier alles In der Tat Äh, ich hab keine Pricks mehr Aber damit dann in jeden Turm irgendwie kommt Oh, ich muss was essen Ja, wäre sinnvoll, wenn ich auch noch mal was essen würde Oh, die schießen So Dann kommt da Teoretisch Boden Und dann kommen wir da Fenster rein hier Ne, hab ich das jetzt falsch gemacht Ist da drin irgendwas, was man da rein müsste? Ne Das ist einfach nur Käfige Das ist einfach nur Käfige, hab ich das Gefühl Aber man kann nur aus dem Rosanen raus Ich dachte, man könnte jetzt irgendwie in alle rein Oho Wände gegen den Garnen ist langsam kaputt und die Frostfields absolut gar nicht Ja, die kriege ich sogar durch Katsching Oho Die Pickaxe ist einfach zu powerful Voll OP, Alter Ja, das ist auf jeden Fall Ich hab auch keinen Power drauf oder Effizienz oder irgendwas Das ist einfach so von Ja, ich hab auf meiner auch nichts drauf Das ist nur gebaut Einfach weil sie jetzt schon mal, glaub ich, anderthalb Schadenspunkte mehr machten Ich muss nur noch irgendeinen Niederquarz drauf klopfen, damit sie noch mehr Schaden macht Äh, die Spitzhacke sollte keinen Niederquarz drauf Nein, nein, die Schwerte von meinem Schwert Achso Du weißt, das sollte ich vielleicht nicht als die bezeichnen Die Schwert Ja Die ist ja nix deutsch So, ich glaub, das wird aber jetzt nichts mehr, wenn wir hier draußen rumlaufen Ich geh mir doch mal das Rosanen anschauen Da gab's eine Treppe und tatsächlich eine Tür Nee, da sind wir runtergekommen Ja, ja Deswegen, eine Treppe und eine Tür In den anderen sind immer Leute drumherum Holla Autsch, Autsch Hier ist noch ein Rosanes Mit Treppe und Tür Nach unten? Ja, hier unten Okay, ich komme zu dir Weiter hin Da geht's weiter nach unten Äh, wo bist du denn jetzt hin? Äh, weiter ins Dunkel gelaufen Einfach auf die Karte Ja, 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 ja Die Viecher gehen selber an den Dornen im Boden kaputt Das ist ja schön Ah, wenn die Dinger verarscht sind, dann tun sie auch nicht mehr weh Ja, natürlich Und sie zerbröseln direkt bei Kontakt Wenn ich irgendwie fürchte, dass wir gleich unten ankommen oder so Oh, eine Etage nach unten Wow Okay, vielleicht muss man sich damit einfach irgendwie nach unten durchboxen Oder nach oben, je nachdem Ich laufe einfach mal schnell außen rum und suche das nächste rosa, ne? Einfach vom Gefühl her, meine ich jetzt, dass wir alle den Rosanen weiterkommen und die anderen sind irgendwie nur so Die Weg, Ablenkung, was auch immer Ja, bin wieder bei dem Rosanen angekommen Bin auf dem Weg Mehr Essen mitnehmen sollen Ansonsten schiebe ich mir mal diesen geilen Apfelkuchen rein Äh, was hast du gesagt, was für die eine Maschine hier noch fehlt? Ein Mold Also ich hab die, äh, links schon gecraftet, das Papier Ja What the fuck, ich guck gerade, wie lange die Aufnahme läuft Dann haben wir hier ein Loch, wo es drei Millionen Meter runter geht Kamikaze Ah Wird's echt runter gesprungen? Mir sicher Da unten ist ein Schild, oder? Ah, ja Miniboss 2, gibt nen Talisman Hm Und, äh, wo? Ja Work in progress, würde ich mal sagen Der scheint wirklich noch nicht fertig zu sein, der Trilite Forest Irgendwider ist Dann war's das an der Stelle Lol Wir haben Mini Boss 1 auch nicht gesehen Öh, oder wir sind irgendwie dran vorbei Hehehe Toll, wir kommen auch nicht mehr da hoch L-U-U-U-U-U-U-U-U hat vorhin gemeckert, dass das Glas so hässlich ist, aber geändert hat er es natürlich nicht. Ja, da haben wir direkt ein Laufnahmer angefangen. Was soll ich denn da machen? Jetzt hätte ich mir doch einen Hammer machen müssen. Kurz natürlich einen unabbaubaren Stein abbauen mit deiner Package. Super. Okay. Das war's dann. Vielleicht finden wir oben noch was. Dann können wir noch einen kurzen Zusatzbericht machen, was wir noch gefunden hätten. Also ich werde jetzt wahrscheinlich oben noch ein paar von den Türen abbauen. Ja, ja, ich werde mich oben noch ein bisschen umschauen. Können wir ein bisschen nach oben nochmal. Aber wenn noch irgendwas Besonderes ist, melden wir uns nochmal. Ansonsten wäre ich dann für heute schon durch. Ja, und Melvia kann nächstes Mal gucken, ob das hier ein bisschen schöner aussieht. Wobei ich denke, das ist nichts. Weil man innen drin eben das Glas sieht. Das stinkt normaler Stein. Dann nehmen wir dir den. Gut, dann vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. News und Infos gibt es wie immer bei Twitter. Jetzt auch wieder regelmäßig. Meine Pausephase, die ich angekündigt habe, ist jetzt auch vorbei. Und dann gibt es auch regelmäßig wieder Minecraft und andere Folgen. Genau. Wir haben dann noch ein kleines Projekt im Hinterkopf. Mal schauen, ob wir es schaffen, das mal anzufangen. Weißt du, wie viele Projekte ich noch im Hinterkopf habe? Das ist unfassbar. Man kommt einfach zu nichts. Aber das versuchen wir jetzt mal alles anzunehmen. Ja, du bist schon oben. Gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao, Leute. Ciao. Bye. Bye.